hallo ihr lieben willkommen zu türchen nummer 23 es ist weihnachten morgen es ist wirklich unfassbar wie schnell das jetzt einfach ging ich kann es gar nicht glauben dass es schon so weit ist ich muss heute noch so viel erledigen lust habe ich keine ich würde am liebsten den ganzen tag auf der couch liegen aber leider werde ich das wohl nicht können ja deswegen fangen wir jetzt mal an mit dem adventskalender und dem vorletzten türchen da ist wieder so was flaches drin immer gespannt ja dann muss ich noch die ganzen geschenke einpacken das muss ich noch dann machen bevor mein freund heute abend nach hause kommt von der arbeit damit er nicht mitbekommt wenn ich sein geschenk einpacke ja da ist der apfel und ich dachte mir schon dass es wieder so ein cabo ist bin ich ja mal gespannt die form ist merkwürdig oder wo wie cool guck mal nightmare before christmas ich liebe jack voll cool vielen vielen dank meine liebe könnt ihr das richtig erkennen ja ne spiegelt ein bisschen aber voll schön cool dankeschön ja wie gesagt der adventskalender nähert sich leider dem ende morgen das letzte päckchen die kiste wird leer ich kann es euch ja mal zeigen da ist die 24 das war's und dann habe ich natürlich noch das große die da das darf dann morgen dran aber wie gesagt morgen und jetzt erstmal muss ich zusehen dass ich hier vorankommen und ja ihr lieben ich wünsche euch noch einen wunderschönen samstag und nicht so viel stress ich hoffe ihr habt alle geschenke und müsst heute nicht noch durch die läden rennen und geschenke kaufen und ja wünsche euch einen stressfreien samstag und wir sehen uns morgen wieder hier bis dahin ihr lieben tschüssi